Die Silvesternacht mit ihren Böllern und Raketen bedeutet wieder Stress für zahlreiche Haustiere. Für Pfoten appelliert es daher am Mittwoch an alle Besitzer, ihre Lieblinge nicht alleine zu Hause zu lassen und sie bestmöglich zu unterstützen, so Kampagnenleiterin Veronika Weißenböck. Oft benötigen Tiere in einer Angstsituation keine ausgiebigen Streicheleinheiten, sondern einfach nur die Körpernähe. Im Versuch, eine normale Situation zu schaffen, sollte man die gewohnte Geräuschkulisse in Wohnung oder Haus herstellen, also etwa Radio oder den Fernseher einzuschalten. Unerlässlich sei es, eine Rückzugsmöglichkeit für die Tiere innerhalb der eigenen vier Wände zu schaffen. Hunde versuchen oft bei Herrchen oder Frauchen Schutz zu suchen, manche verkriechen sich aber auch unter Tisch oder Bett. Eine eigene Sicherheitszone in Wohnung oder Haus, die dem vierbeinigen Freund vertraut ist und in der er sich ausgiebig mit Kauartikeln und Futterspielzeug beschäftigt, können laut vier Pfoten sehr beruhigend wirken. Außerdem empfiehlt es sich, die Fenster zu verdunkeln, damit eventuelle Lichteffekte nicht in die Räume drängen können. Hunde kann man schon lange vor dem Jahreswechsel vorbereiten. Sinnvoll ist es, schon einige Tage davor den Hund beim Gassigehen nicht mehr von alleine zu lassen, denn manche Tiere laufen in Panik weg, wenn sie Böller hören und sind dann zu verstört, um wieder nach Hause zu finden, weiß Weißenböck. Am 31. Dezember sollte man die letzte Runde früh genug erledigen, damit man nicht in der lautesten Zeit rund um Mitternacht mit dem Hund hinaus muss. Zusätzliches Abschirmen von den Außengeräuschen kann auch Wunder wirken. Fenster und Jalousien sollten geschlossen sein, Futtersuchspiele, Tricktraining oder und Kauartikel lenken auch vom Lärm ab und beruhigen den Hund. Diese Möglichkeiten sollten genutzt werden, solange die vier Beine noch Futter annehmen, empfällt Tierschutz Austria. Sollte der Hund mit andauernden und extremen Stresssituationen wie Zittern, Hecheln, Speicheln, vermehrten Urin- und Kotabsatz, Durchfall, nassen Schweißpfoten, Schuppen- oder Haarausfall reagieren, sollte man sich zusätzlich von dem Tierarzt bezüglich eventueller Medikamentengabe beraten lassen.